Hallo und herzlich willkommen! Oh, ich habe ein grünes Bild. Nice, hallo! Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von UNO. Mit dabei sieht man den Lost da oben, den Panther sieht man, den Kalle und mit mir den Pet. Und die erste Runde sieht er aus meiner Sicht und dann die zweite geht weiter mit dem Juten, Juten, äh, Losty. Ich spür mal deine Karten. Ach, Mann ey. Oh, 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 oh. Also, ich muss sagen, also. Ich bin halt nur alleine, ihr beiden. Oh, was? Ähm, ja, ich nehme den neuen. Kann ich hier auf Optionen? Kann ich das irgendwie schnell machen? Ja. Echt? Lass mich halt alleine. Okay, ich glaube, ich müsste das einstellen. Hey, sagst du nicht, ich bin dran. Nee. Nee. Nee, Panthons ist kein Einzelmatch. Ah, okay, ja. Ey, Asi. So nicht. Sorry, Panther. Ach ja. Ah, Lost hat jetzt auch kein Bild mehr. Ich habe jetzt meine Cam hier alles gemacht, weil, ist er doof. Ah, Panther. Es tut mir mega, mega leid, aber ich kann nicht anders. das tut sich so krass. Au-h-h-h-h-h-h-h-h-h-Ahh-h-h-h-h-h. Oh, hoho-oh-oh. Oh, Mann. Mach noch mal mit. Klappe. Das tut weh. Hey, wie grün? Nee, nicht grün. Ach nee, Leute, warum? Der hat's da gelbe. Ach komm, ist das dein Ernst? Ach, der hat ja nur so scheiß Karten gehabt. Ihr wünscht mir die Farbe, Robner. Kriegst du, kriegst du. Easy. Darfst du nochmal. Hast du das mit einer roten Acht auch nochmal? Nee. Ich hab gesagt, du sollst nicht auf gelb, wenn Panther zwei gelbe hat. Okay. Der rot geht in rot. Grün. Ja gut, geht auch. Das kann ich ziehen, du Asi. Ach ja. Ja, es muss halt. Ja, tut mir leid. Ah ja. Jetzt hat es wieder zurückgekriegt alles. Oh, okay. Ja, leider, es gibt jetzt auch bei uns ein bisschen UNO. Mal gucken, wie viele Folgen wir jetzt aufnehmen. Mal gucken, wie viele Folgen wir jetzt aufnehmen. Wie lange das geht, die Gaude. Aber dann wird, glaube ich, Panther, ich hab ein kleines Geschenk fertig. Hälter. Panze. Katze, verschwingt. Ach, lecker. Äh, den Ort hast du, oh? Er hat nur mache ich den neuen. Panther, du bist. Äh, ich hab so viel Auswahl. Ey, lasst uns auch mal mit dem Spiel. Ich hab gern's spielen. Ich würd's ja gerne machen. Ja, geht ja noch die. Au, Asi. Ich mach' ein bisschen schnelles Play heute. Oh, ich bin schon wieder wunderschön. Komm, Pat, das war mal. Oder auch nicht. Ja, ich bleib trotzdem dran. Kein Problem. Ich will rot, verdammt noch mal. Wir hoffen nur. Die aber nett. Die will blau. Du Asi. Jetzt wünschst du, dass ich hätte kein Blau genommen wahrscheinlich? Das ist Scheibe. Ich hoffe, du hast gute Karten. Er hat zwei Bruder. Ach, der hat so scheiß Karten wieder. Ich wär am Rad, ey. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich hab' mir gedacht, er hat wenigstens gute Karten oder so. Aber, ne. Hallo! Ja, ja, mach mein, mach mein Deck kaputt. Ja! Mach mein Deck kaputt, Alter. Ich geb' ich schuld. Warum, willst du dein Deck wieder haben? Nein. Kann ich auch nicht. Aber gelb hab ich weh. Aber jetzt hätte ich übrigens blau. 5, 12, 13, 14, ich mag Züge. Ach. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich konnte nicht sagen. Ja, mach mal noch ne Runde. Oh, da kriegst du, kriegst du Pant. Ach Gott, das sind das vier Karten. Komm, 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 komm. Ey, das sind meine, ne? Bin ich schon dran? Ne, doch. Oh, das war gut. Ey. Ja, gut. Ich darf das abmachen. Ach, jetzt hast du meine Karten. Oh no. Das ist uncool. Oh no. Oh no. Lecker grünen. Nee, was machst du? Nein. Oh, das grünen. Ah. Ah. Lass mich bei dir. Verdien. Ach komm, du wirst mich auch. Hat jemand Richtung's wechseln? Ja, er hätte einfach nur drauf. Bäm. Das ist genau das, was ich gewinne. Als hat der Kalle auch noch gewonnen. Ja gut, ich würde sagen, da machen wir noch eine, oder? Weil das war zu. Ja, quitt werde ich nicht so. Next Match. Oh, das sind das tolle Karten. Mhm. Ja. Ja, ich nehme die fünf. Ah. Fängt schon gut an in der ersten Runde. Ich nehme die sechs. Da habe ich die vier. Na, die Smoggy hird's net. Ey, du Assi. Ey. Lass meine Karten in Frieden. Ey. Nimm deine Karten. Jeder fang mir. Jeder nimmt meine Karten. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Ja, verdient's. Schluss, die zwei. Easy. Also, ich brauche jetzt grün, bitte. Da, irgendwann mal. Ja, ja. Ja, du 20 Karten in Kaffee, oder? Das ist nicht grün. Wie kann er? Sag dich nicht, wenn du das jetzt tust. Wie dir das sein können. Simakad. Ich hasse dich, Sophie. Ich hatte nix anderes. Und der nächste macht meine Dings kaputt. Er hat übrigens zwei blaue Karten auf jeden Fall. Du nicht, Panther. Ja. Dann gehen wir mal auf blau, bitte wechseln, kurz. Jetzt wird auch grün. Ja, grün hab ich. Ich hoffe, dass du es nicht plus vier oder so, dass du es da drücken kannst. Oh no, oh no. Das ist nicht wahr, Alter. Das ist nicht wahr, Alter. Das war zwei Minuten gewesen. Das war. Der hackt doch. Ja. Oh man. Na gut, ich hab Level 1. Ja gut, weiter geht. Ich muss wechseln? Nö. Ja, Mann. Nein! Nageln! Wenn du nix drückst, wechselt automatisch irgendein. Ha. Schlechte Fahrt. Weißt du jetzt, warum ich nicht wollte? Mann. Am Arsch. Ey, ihr Assis. Oh man. Panther. Panther. Ich verlieb das. Blau. Ja gut, der ist halt okay. Oh man. Komm. Fritz. Alter Schwede. Na komm hier. Geht ihr nur das? Ach komm, ich war zu spät. Hier kommt er. Darf aber jetzt. Ah, wow. Der dürft mal viel. Das muss ich ziehen. Können wir mal bitte auf Gelb wechseln? Ja. Das ist nicht gelb. Ach, blau hätte ich auch nehmen können. Oh, danke. Bleibt es jetzt hier auf Gelb? Ja, Assis. Oh nein. Ich war gerade in den Optionen. Da kommt die Vier. Er will unbedingt wechseln. Handabro. Du Assis. Du elendiger Assis. Er verkundet das nicht, gell? Dann nehme ich ein Blau. Danke für deine Karten. Ach komm, jetzt hat der zu scheiß Karten wieder. Ach komm, nochmal. Was schön war. Oh yeah, ich habe nur noch zwei Karten. Das ist gut. Platz bitte auf Gelb. Bestimmt ein 2+, oder so. Vielleicht. Ja, er hat ein 2+. Warte, Karl, hast nicht du ein 2? Nein. Nein. Kommen wir mit. Frisst er trotzdem. Hat er ja meine. Was hat dann, Kalle? Ja, äh, blau. Ja, klasse. Ja, der wusste wie. Alter, Kalle, das muss doch früher kommen. Alter. Ach. Was sollen wir dazu sagen? Ja, dann machen wir noch eine Runde, weil wir haben erst 12 Minuten. Dann können wir noch eine Runde machen. Haben wir erst drei Runden gespielt. Wir spielen jetzt in einer Aufnahme. Spielen wir irgendwie hier Uno-Quickie? Scheint so. Als Kalle und ich das mit den Bots gespielt haben, hat es wirklich Kalken gedauert. Ich hasse dich. Tut mir leid, war die Einzige. Dafür wird Kalle mich lieben. Mann. Gib mir meine Karten. Na, Ibüs. Mann. Also ich bin mir sicher, dass du hier jetzt... Nibülidät. Na, Ueda, du Arsch, du Arschloch. No, 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 no. Das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit. Nibülidät. Wett hast du ein 2 Plus? Ja. Ja, dann leg mal deinen noch. Nein. Oh, ich hätte es so gedacht, wenn du das jetzt retou kriegst. Oh ja. Hätte ich noch ein 2 Plus gehabt. Ja, ja, ist klar, ne? Er hat den Faschen tauscht, er hat ihn jetzt mit mir tauschen müssen. Was hat er, Kalle? Wenn er 4 plus reinpacken kann. Für noch. Okay. Was hat Kalle jetzt? Gemischt. Okay. Gewischt war ein Handel. Oh, danke. Nee, will ich nicht. Im Mocken rot. Das Bildschirm-Shake geht ein bisschen rum, zeige. Jetzt haut der da 2 Karten raus, der. Einmal so eine Vorlage. Ah, der hat es noch mal Kalle, schau. Ja, bringt mir nicht sehr viel. Ja, doch, dass du ziehst. Sieh noch mehr. Ja. Oh, wow. Ich seh schon kommen. Oh, nicht mal. Doch, ja. Doch, komm. Was hätte ich nicht jetzt die Runde schon 1000 Karten gezogen? Das noch mal, Kalle. Willen wir es noch mal. 5, 6 oder 8. Ja, die habe ich nicht. Jetzt noch zu kommen. Hab die, nein. Au. Jetzt. Im Ruh. Nimm ja. Du hast nur noch mal. Aber mein. Das ist nicht mein Problem. Ernsthaft, er zieht halt nur gelbe Karten gerade. Ja, verdient. So schnell wollen wir es ja nicht beenden. Dann nehmen wir die 2, ne? Ach, warum? Jetzt könnte man schon langsam mal Farb wechseln, ne? Ach, nö. Lass mal noch ein bisschen ziehen. Ich höre jetzt. Ja, so schaut das gut aus. Hey, du kräft doch nicht in die Karten da, nein, du. Ja, Mann. Natürlich. Immer der Schweizer, du, hey. Hey. Hallo, ich will auch noch mal mitspielen. Willst du das jetzt bei der letzten? Ich kann sagen, jetzt leg den 5. Ne, die 8 hätte ich. Ah, die kannst du ja nicht, ne? Ach, zu spät. Oh, na, ist klar. Oh, no. Oh, no. Ich hab's hier auf blau. Ich schwör's euch. Oh, no. Ich hoffe, du hast noch zum Switchen. Oh, no, no. Ja. Easy. Und damit haben wir gewonnen. Und somit sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge beim lieben Lost. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.